Was ich nicht verstehe ist, meine Kunde hat die Quest schon gemacht. Ich sollte eine Expedition machen. Aber jetzt muss ich sie anscheinend nochmal machen auf demselben Feld. Keine Ahnung was da wieder los ist. Glitches aus dem Weltraum. Muss man auch mitnehmen. Ein Erbe der Menschheit. Oh, hier oben sind Pilze. Okay, okay. Einen kostenlosen Wert wenigstens. Was ist das zum Beispiel? Was ist das immer? Argen Baron. Ja, ihr geht mal bitte durch das Miasma-Feld. Was ist das denn? Wow. Hm? Da war auf einmal... Blizzard braucht ein Update. Und das Spiel entstehen mit, aber es ist somit nicht abgestürzt. Gott sei Dank. Erstmal Blizzard. Ja, ganz im Ernst, was soll das? Wir machen einen Atmen, schon wie... Pffft. Wir bauen sieben Runden. Ich muss mich ja erstmal hiermit zufrieden zurechtfinden, aber... Ich glaube, dadurch habe ich meine zweite Stadt. Okay. Wahnsinn. Gut für dich. Ich brauche noch ewig, bis ich die habe. Ja, ich auch. Mindestens fünf Runden oder so. Ich noch mindestens sieben Runden. Okay. Einer fehlt noch. Ja. Jetzt. Genau. Ach, schon wieder eine neue Produktion. Dann produzieren wir mal. Ich hätte nicht töten mich. Das scheint doch mal Schwerzeit, dass ich diese Einheit kriege. Äh, ich mache einen Kolonisten. So, und ihr macht jetzt bitte mal einen Bauernhof. Wie sieht denn das aus? Uuuuh. Ne, anscheinend braucht es noch mehr Zeit. Ach ne, jetzt müssen alle Felder um sich herum. Toll. Ach, ich spiele ja gerade schwer auf Risiko. Scheinlich kehren mich gleich die Aliens. Ja, mein Akundas auch umringt. Oh, warte, kann man den nicht heilen irgendwie? Einheit wecken? Natürlich kann man den heilen. Aber wie? Genauso wie früher auch. Das erste Symbol, soweit ich weiß, in der Leiste. Oder das zweite. Irgendwie sowas. Ach so, habe ich schon gesagt. Das muss so ein Schild mit ein Plus sein, ja. Ja. Ja, verstanden. Bin ich blöd. Und hier ist überall dieses blöde Jasma. Überall. Ist gerade umringt davon. Hm? Mhm. Die Besteine. Oh, ich stoße immer weiter nach oben hin vor. So. Questentscheidung. Hm. Hm. Ja, läuft. Hm. Hm. Jetzt setzen wir den erstmal fest. Und den setzen wir fest. Und den setzen wir fest. Und dann fokussieren wir uns mal ein bisschen. was vernünftiges. So, jetzt aber. Oh, ich habe Erdöl entdeckt. Nice. Ne, 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 muss ja erstmal ein Außenposten. Das gibt's nicht. Auf das Feld, wo ich hin will, sind jetzt genau vor mir zwei Aliens. Davor standen die so, dass ich da locker hingehen konnte. Ich kann die angreifen. Jetzt stehen sie mir einfach im Weg. Oh, mein Gott. Das ist doch zum Weinen sowas hier. Warum können. Ja, genau. Und jetzt habe ich meinen Kolonist verloren. Wunderbar. Das ist doch lächerlich. Ah. Ich ziehe mich erstmal wieder zurück. Die eine, das eine Gebiet, wo ich sowieso noch ein paar Ressourcen habe, da ist nichts in der Nähe. Da sind keine Gegner. Und auch kein Miasma. Das finde ich irgendwie cool. Nur auf einem einzigen Feld und da kann ich locker dran vorbei. So, was mache ich denn jetzt mal? Ach, wie es nur so schlecht laufen kann von der ersten Runde ab. Mhm. Komm, du bist erst immerhin auf dem ersten Platz. Ja, aber gerade eben war ich noch sieben Punkte hinter dem, äh, hinter euch oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie viele Punkte genau. Ja. Deswegen, ja. Ja. Oh, ich habe einen Bauernhof. Mhm. Einen ersten. Ich habe schon drei. Ja, ich habe schon drei. Könnt ihr das eigentlich sehen? Ja, den können wir nicht sehen. Okay, schade. Ich habe meinen eigenen Bauernhof begutachten. Ah. Ich nehme erstmal den hier. Ja, da lohnt sich mehr. Ja, das hier lohnt sich. Ja. Weil ich jetzt natürlich keinen Handelsweg einrichten kann. So ein Mist. Ja, der Minenbau entdeckt. Ja. Der Minenbau entdeckt. Ja. Der Minenbau. Das hat offenbar Blacky genommen. Ja. Äh, ich kann das noch nicht, aber ich kann das bald. Bald schon. Bald. Oh, eine Quest habe ich abgeschlossen. Hm. Okay. Ist das alles? Ist ja traurig. Nein, weil ich die anderen Quests noch nicht abschließen konnte und ich weiß auch gar nicht, wo da das Problem liegt gerade. Okay, liebe Aliens, bitte greift mich nicht an. Liebe Aliens. Wie kriege ich diese Ressourcensonden? Das geht mir jetzt auf den Sack. Die hattet ihr von erster Runde. Wie kriege ich die? Welche? Erst mal einen finden. Ist so wie die Ruinen da, wo man ab und zu mal Geld drin gefunden hat oder sowas. Das ist ja lächerlich. Was ist denn? Er findet keine Ressourcensonde. Ja, es gibt eine Quest mit einer Ressourcensonde. Und wenn ich keine finde, ja, wie soll ich denn dann eine Quest abschließen? Weiß ich nicht. Du musst ja irgendwie bauen. Ich hab keine Ahnung. Ja, das war eben mein Gedanke, aber er meint, das geht nicht. Diese komische Orbitalsonde, die wir bekommen haben? Nein. Keine Ahnung. Hier steht Ressourcensonde. Die man ab und zu mal findet. Ja, die findet man ab und zu. Hast du noch keine gefunden? Ich hab zwei gefunden schon. Die sind auch die dritte. Ich hab nichts gefunden. Hier ist ein so ein Gebäude, aber da kann ich nicht hin, weil das von Aliens überwacht wird. Bis zum geht nicht mehr. Und sonst hab ich einen riesigen Bereich bereits abgedeckt und ich hab nichts gefunden. Nichts. Weiß ich das leider auch nicht. Also, na, ich werd hier schwer verarscht. Hm. Hm, vielleicht soll ich mal da unten suchen. Egal. Oh, toll. Der hat angegriffen. Brennung dein Leben. Auf das Wasser? Nee, er kann nicht mehr auf das Wasser. Nade. Wir bauen jetzt erstmal das hier, wenn das nötig aussieht. Und ihr? Ihr expeditiert. Oder geht das nicht? Was ist das hier? Uh, Strafe. Verrack entfernen. Ach, das ist das, was ich machen wollte. Ich hab mich schon gewundert, wie das geht. Sehr gut. Ist das auch wirklich das Richtige? Ich bin nicht auf die Sonne. Um sie zu retten. Ja, dann machen wir das doch. Bam. Ah, sehr schön. Was brauch ich sonst noch? Okay, das ist nur noch einstellig. Hm. Ich glaube, dass er macht erst mal am meisten Sinn. Ich glaube, dass er macht erst mal am meisten Sinn. Was hab ich getan? Sind das Hunde? Wolfskifbar. Mhm. 1, 2, 3, 4. Okay, macht Sinn. So, was ist das hier jetzt? Ich hab gleich einen zweiten Bau. Okay. Äh, woran kann ich sehen, welcher Vorteil beim Einheiten verbessern? Welcher Vorteil mir mehr bringt? Hier wird nicht angezeigt, was was bringt. Ach so, jetzt. Okay, das passt. Jetzt wird es angezeigt. Dann. Bäm. Okay, das macht mehr Sinn. So, jetzt gibt es hier aber immer noch dieses Expeditionssymbol und ich kann es immer noch nicht benutzen. Vorher konnte ich und jetzt geht es nicht mehr. Ja. Obwohl das Symbol noch da ist. Hä? Liegt auf der Xenomasse bei mir. Soll ich jetzt tatsächlich an dem saublöden Biasma liegen? Ne, ich muss erst mal eine Einheiten neu befehlen, weil halt echt nichts funktioniert, so wie es aussieht. Okay. Das sind Soldaten. Habt ihr schon einen Punkt für Harmonie oder die andere Siegesmöglichkeiten erreicht? Ich habe schon eine Vorherrschaft. Ach so, nee, so einen Punkt habe ich noch nicht, aber ich habe zweimal ausgewählt. Ah, okay. Dann wärst du Prämisse dran. Hier war ein paar Harmonie soweit. Oh, ich habe gar keine. Was ist das für eine Einheit? Oh ja, meine Miasma Repulsor. Der wurde aber auch Zeit. So, wo kommst du hin? Erstmal auf die Käse, oder? Eisschollen. Eis. In den Orbit. Uh, der hat eine große Reichweite. So gefällt mir das. Bam. Wir werden jetzt erstmal drei Felder mehr erstmal entfernen. Da freue ich mich schon drauf. Hm. Stop. Mein Vorposten ist gleich fertig entwickelt. Ich muss erstmal... Gut für deinen Vorposten. ...kriegen. Nee, anscheid immer noch nicht. Schade. Sag mal, was könnt ihr eigentlich? Wieso greift ihr mich jetzt an? Ich habe euch nichts getan. Sag mal, wie ist denn das mit dem Kolonisten? Wird der hier so direkt zerstört von den Aliens, oder? Hm, keine Ahnung. Hm. Weil das wäre wirklich interessant für mich zu wissen. Ob ich den noch retten kann, oder ob der jetzt weg ist. Stop. Das sind Aliens. Ich glaube, die zerstören den. Hm. Und Blacky wegen Zeit? Jo. Ich bin gleich durch nach dieser Runde. Würde ich sagen, hören wir das erste Mal auf hier. Oh scheiße. Dann freue ich mich schon auf die nächste Aufnahme. So ein riesen Wurm aufgetaucht vor der Stadt. Belagungswurm. Fremdartig. Wurm. Um den musst du dich kümmern. Ja. Dringend. Weil der haut dir deine Stadt weg. Scheiße. Schönes Ding. Tja. Gleich mal die Produktion zum Soldaten ändern, würde ich sagen. Du kannst es noch die Runde machen, wenn du glücklich bist. Das Problem ist, ich habe schon einen Soldaten, der kommt nur dagegen nicht an. Oh. Da steht, äh, so, totale Niederlage, zugefügter Schaden 6, äh, erlittener Schaden 100. Wow. Also, ja, bin ich jetzt am Arsch, oder wie? Hm, toll. Irgendwie sowas. Ja, du musst halt mehrere Soldaten bauen und sie nach Möglichkeit so schnell wie möglich aufbessern. Vielleicht bei der nächsten Politik... Ja, ich habe die schon aufgebessert auf Marine. Okay. Und wie das denn? Ja, ich habe diese Möglichkeit auch schon bekommen. Ich weiß aber auch nicht, wie es geht, um ehrlich zu sein. Ich habe so ein Ding ins gegraben, irgend so ein, ähm, hier... Oh, keine Ahnung, wie das Teil hieß. Äh... Irgend so ein Reliquier oder sowas hieß das. Leider abhauen, weil er irgendwie ist, ja. Na ja gut, entscheidet euch. Also, ich bin fertig, ich habe noch keinen Mega... Obwohl, nee, das ist kein Mega... Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit verkacken, äh... Erstmal Soldaten basteln. Humans... Ja, Soldaten habe ich ja schon. Soldaten habe ich ja schon. Soldaten! Mehr! Ich habe nicht genug Geld dafür, um mir noch mehr zu holen. Oh wow, du bist jetzt schon pleite? Interessant. Nein, pleite bin ich nicht, aber... Es reicht nicht aus, um Marine zu holen, sag ich mal so. Ich könnte mir Kampffahrzeuge holen. Und ein Soldat. Eine Sache wüsste ich noch gerne. Wisst ihr, wie man Sachen kaufen kann mit Energie? Ja, das ist ganz einfach. Du klickst auf die Stadt. Ach, jetzt habe ich es selber gefunden. Das gibt es nicht. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, habe ich ewig gesucht. Und jetzt habe ich es gleich selber gefunden. Okay, passt. Gut. Okay, wie man diesen Wurm ausschaltet, habe ich vielleicht eine Möglichkeit, einen Ultraschall zu bauen. Gut für dich. Ja. Ich habe einen zweiten Start. Bam. So, und jetzt bin ich wieder letzter. Auf diese Note verabschieden wir uns also. Servus, Leute. Jo. Tschüss. Tschüss. T multif Toby. Ciao. T 같 mich. T lavend recomst für CPA der München Fall. Eine schöne CCPstehe. In der Zeitung zu verabschieden wir das anONE wieder. Das Ihre Kon sitesgesch promise können. In der Zeitung aus Fab Untertitelung des ZDF, 2020